Hallo da draußen! Ich bin Anne Herperz, 26 Jahre alt und trete für die Piratenpartei Deutschland als Spitzenkandidatin für die Europawahl an. Ich bin in Meißen geboren und in der Nähe von Meißen aufgewachsen und bin dann mit 18 nach Dresden zum Studieren gezogen. Ich bin jetzt derzeit Politikwissenschaftlerin an der Technischen Universität Dresden, unterrichte jüngere Semester in Tutorien und bin außerdem in einem Forschungsprojekt, das sich mit BürgerInnenbeteiligung beschäftigt. Politisiert wurde ich so 2015, 16, als ich in Meißen in der Geflüchtetenhöfe aktiv war und gleichzeitig Neonazis ein Geflüchtetenheim in Brand gesetzt haben. Seitdem bin ich damals noch gegen die NPD, jetzt gegen alles andere Rechtsextreme, was sich so in Sachsen findet. Auf der Straße zu finden, setze mich da antifaschistisch und queerfeministisch ein und bin außerdem noch in verschiedenen Vereinen und Initiativen aktiv, die sich mit progressiver Politik und Ehrenamt auseinandersetzt und ein schöneres demokratisches Miteinander in Sachsen schaffen möchte.